Yo Leute was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video habe ich eine Verlosung für euch vorbereitet. Ich verlose, also was ich verlose werde ich euch gleich zeigen einfach und das einzige was ihr machen müsst ist liken, abonnieren, euren Epic Games Namen in die Kommentare schreiben und schreiben warum ihr das gewinnen wollt. Und geht auf Ehre nochmal in den Item Shop Leute, tragt meinen Creator Code ein und ja ich zeige euch jetzt schon mal was ich verlose. Ich verlose hier, da sind 5 OG Armbrüste dabei, da verlose ich noch eine Revolte des Gründers, hier 200 Effiziente, 1 Staxon verlose ich, 2 Fullergy Eisbüsse, ein Kürbiswerfer und ein Nordmann, eine Revolte des Gründers. Ja, das alles verlose ich an euch und das einzige was ihr machen müsst, ist liken, abonnieren, einen Kommentar schreiben, warum ihr es gewinnen wollt, habe ich euch schon gesagt. Mit eurem Epic Namen, wichtig, euer Epic Name muss auf jeden Fall dabei sein, sonst könnt ihr nicht gewinnen. Und wer ihr richtig ehrenhaft, wenn ihr in den Item Shop gehen würdet und mein Creator Code eintragen würdet. Ja, das war's dann noch mit diesem Video Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.